hallo meine lieben ich bin's wieder die königin der kirche ich begrüße euch wieder hoch ganz herzlich auf meinem kanal so lasst uns mal schauen was hier so los ist ich möchte heute wieder das beziehungsplan spiel machen und wie das ganze funktioniert erkläre ich euch dann wenn ich fertig bin mit dem mischen wem das mischen jetzt so lange dauert der spult einfach bitte vor und wer nicht genug von mir kriegen kann bleibt einfach mal was denn hier los sie also so richtig wollt ihr nicht nur so richtig wollt ihr hier heute nicht auf der seite geht es okay lieber gott wer darf hier heute angesprochen werden für meine lieben zuschauer für meine lieben abonnenten bitte gibt mir botschaften was darf ich denn schönes erzählen was geht hier im köpfle vor was geht im herzilein vor wie geht es um außen weiter gibt mir da mal bitte richtig schöne botschaften ich möchte alle heute glücklich machen dankeschön und wie gesagt wenn es noch was zu klären gibt gleich natürlich noch auf für die kopfebene transformation aber eben auch ein bestimmtes ende lasst uns mal schauen seht ihr das ja ich richte es dann noch mal richtig aus für die kopfebene bitte brennen die karten fast ab okay herzilein die wir hier hinfallen die wollte er in die richtung gibt mir mal bitte was was ich erzählen darf die wir hier hinfallen die wollten hier hin die wir hier hinfallen die nehme ich hier hin und hier unten noch für den ausgang dankeschön wie gesagt wenn es noch was zu klären gibt gleich das ganze natürlich noch auf so jetzt richtig das ganze erst mal dass ihr das hoffentlich sehen könnt geht das so für euch ja ich denke oder lassen wir das jetzt einfach mal so ich immer mein perfektionismus okay so meine lieben dein könig deine königin könnte hier drüben sein auf der linie wo ich eben beschreiben werde was man denkt was man fühlt und wie hier er oder sie im außen weiter handeln möchte was dich betrifft das gleiche kann aber auch diese seite hier betreffen ja da kann ja auch dein könig oder deine königin sein was denkt man was fühlt man und wie möchte man im außen in deine richtung weiter reagieren du könntest auf dieser seite sein du könntest auf dieser seite sein das heißt nutzt eure intuition was euch anspricht welche seite und wo ihr so denken die seite ist es nicht aber okay schön zu wissen dass es mein könig oder meiner königin so geht in der mitte haben wir oder habe ich euch hier noch gelegt was euch beide verbindet ja gut legen wir einfach mal los sie worüber denkt man hier denn nach wir haben religiöse faktoren und das ende einer verbindung na jetzt geht's los also hier ist jemand der darüber nachdenkt sich scheiden zu lassen sich aus einer bestehenden verbindung zu trennen weil man das gefühl hat mein spiritueller weg ist ein ganz anderer als dieser in einer in eben in dieser oder in irgendeiner festen partnerschaft hier zu bleiben das könnte sein dass man wirklich darüber nachdenkt weil man eben ein könig eine königin kennengelernt hat das könntest du jetzt sein oder du könntest darüber nachdenken sich hier zu trennen weil man einfach merkt hey ich habe hier jemanden im petto das ist mein wahrer weg und diesen wahren weg sollte ich folgen es kann natürlich auch sein dass das hier jemandem schon passiert ist dass dir sich jemand schon geschieden hat und weiß da kann es sein dass jemand darüber nachdenkt über diese scheidung da können auch mal so gefühle hochkommen von habe ich das richtig gemacht war das richtig gewesen und ja man kommt auf die idee oder immer wieder auf die erkenntnis hätte ich mich hier nicht getrennt es muss nicht eine scheidung sein ja einfach eine trennung man muss nicht verheiratet gewesen sein oder irgendwas aber irgendwie ist der gedanke hier da hätte ich mich nicht scheiden lassen hätte ich mich nicht getrennt hätte ich mich nicht gelöst aus einer aus einen religiösen glauben dann wäre ich meiner eigenen bestimmungen nicht gefolgt also jemand denkt darüber nach dass es ja sehr wohl einfach nur richtig und authentisch war sich aus einer verbindung zu lösen sei es eine religiöse verbindung wie gesagt eine ehe zum beispiel sei es einfach aus aus einer freundschaft plus aus einer affäre da denkt man hier einfach drüber nach aber wie gesagt der gedanke könnte auch aktuell einfach bestehen obwohl das noch nicht passiert ist dass man darüber nachdenkt ob es nicht vielleicht besser wäre sich aus einer bestehenden affäre sich aus einer bestehenden ehe oder sich aus einer bestehenden partnerschaft zu trennen denn was hat man denn hier auf herzilein ebene eine neue liebe hier ist jemand verliebt hier gibt es eine neue liebe und wir hoho und wir haben die sense und dein könig sowie deine königin also ja jemand hat also hier hat man sich neu verliebt hier ist eine person die einem könig oder einer königin hier irgendwie dabei ist geradezu erobern und das steht hier wirklich auch für eine trennung ja also man hat tatsächlich auch auf dem herzens kann einmal 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 kann es repräsentieren dass man hier eine neue liebe hat dass man irgendwie in einen menschen verliebt ist in einen könig in eine königin die ja doch sehr streitbar ist die sehr dominant ist die auch mal schnell tabula rasa machen kann ja also ich habe hier sozusagen einen hengst oder eine stute auf dem herzen die auch gerne mal ein bisschen ja vielleicht auch so einen südländischen charakter hat ja ja vielleicht auch so einen macho mäßigen charakter das kann auch sein ja hier darf es gerne ein bisschen mehr sein gleichzeitig ist es aber auch hier auf dem herzen dass man sich von einem von jemand anderen hier löst weil man sich einfach neu verliebt hat oder weil man merkt hier ist schon die ganze zeit eine neue liebe im spiel oder es wird zeit für eine neue liebe gerade weil in einer anderen verbindung die liebe vielleicht nicht mehr da ist oder weil man das gefühl hat dass man irgendwie mehr vom leben will dass man jemanden mit jemandem zusammen sein möchte mit dem man noch wachsen kann und dass man eben nicht in einer verbindung bleibt nur weil es irgendwelche religionen oder weil es irgendwelche normen entsprechen sollte hier will jemand seinen wahren spirituellen weg gehen und ist sogar bereit dafür sich aus einer bestehenden verbindung zu lösen und diese idee hat man hier scheinbar weil du vielleicht in sein ihr leben gekommen bist und weil man spürt dass es mit dir wirklich liebe ist dass man für dich wirklich auch mehr empfindet das gleiche kann auch hier dein könig oder deine königin betreffen dass man damit spielt sich wirklich dass man damit spielt sich wirklich aus einer bestehenden partnerschaft ehe eben zu befreien wie schon gesagt und weil man einfach spürt in deine richtung das ist halt wahre liebe und das wäre mein ich sage jetzt mal aus der sicht eines königs deiner königin das wäre mein wahrhaftiger weg das ist das wonach mein herz hier ruft und man hat selbst wirklich hier auf dem herzen seinen aktuellen partner seine aktuelle partnerin noch und dass das herz danach ruft diese verbindung wirklich zu lösen dass das herz nach der neuen liebe zu dir hier vielleicht eher ruft ja wie geht es denn hier weiter guck mal wir haben die verlobung ein dein liebesleben erreicht eine neue stufe der hingabe und wir haben den hund und wir haben den park also es ist wirklich so dass hier jemand im außen mit wenn wenn du das hier nicht bist dass dein könig oder deine königin das hier ist dass man hier vielleicht wirklich aus einer freundschaftlichen verbindung hier wirklich mehr machen möchte weil es so eine neue stufe kommen und es kann sein dass man hier dabei ist daran zu arbeiten und auch weiter machen zu wollen dich als treuen freund als treue freundin auch in der öffentlichkeit hier zu zeigen ja so nehme ich das war das hier sind so die gedanken und die gefühle das heißt dass jemand damit spielt alles hinter sich zu lassen auf sein herz zu hören den spirituellen weg zu gehen nämlich dann mit dir ja also man möchte dir zukünftig gegenüber treu und offen sein man möchte dir treue schenken offenheit schenken und auch hier wieder eine treue offene verbindung was nicht heißen soll dass ihr hier eine offene beziehung führen sollt sondern hier geht es um viel offenheit und es ist so dass man genau diese verbindung offen zeigen möchte dass man zu einer verbindung offen stehen möchte das gleiche kann auch dich hier repräsentieren ja dass du eben hier vor hast zukünftig zu einer freundschaftlichen verbindung zu stehen einen nächsten schritt zu tun indem du dich mit ihm oder ihr hier in der öffentlichkeit gerne zeigen möchtest ja jetzt schauen wir aber mal auf diese seite wie denkt denn hier diese seite du verdienst es geliebt zu werden du bist liebenswert also äußerst positiv ja und das wird hier jemanden immer klarer es war hier ist es jemanden wenn man in deine richtung denkt ist es wirklich so dass es jemanden immer klarer wird was du für eine reine seele hast und das das hat man nicht gesehen was es war so gefühlt alles wie vernebelt gewesen es kann sein dass man hier jemanden nicht richtig für wahrgenommen hat oder eben diese liebenswerte seele die man hier an die man hier gerade denkt die hat man noch nie so klar gesehen wie man sie jetzt allmählich anfängt klar zu sehen ja und es kann auch sein wenn hier jemand irgendwie alkohol trinkt es muss jetzt nicht sein dass man hier irgendwelchen süchten verfällt oder so es kann sein dass man halt weiß ich nicht einfach mal ein übern durst trinkt dass man da immer wieder so ein gedanken rein bekommt nämlich den gedanken an dich dass du ein toller mensch bist es kann auch dir so sein dir so gehen dass du im bestimmten könig eine bestimmte königin im kopf hast und dir in vielleicht in irgendeiner sektlaune oder so oder generell einfach immer mehr bewusster und klar wirst mit was für einer tollen seele du es zu tun hast ja und hier könnte auch jemand daran denken wie gefühlt alle sorgen schwinden auf dessen seele wegen dieser liebenswerten art und weise wie du hier zu jemanden bist das ist wirklich so plötzlich fängt die sonne wieder an zu scheinen und die strahlt ja hier in die seele hinein weil du so liebenswert bist ja es ist so gefühlt jemand wenn man an dich denkt verschwinden gefühlt alle sorgen weiter zurück und es wird warm um ihn oder um sie herum und das ist ein schöner gedanke den hier jemand immer wieder hat an einen bestimmten könig an eine bestimmte königin so dann lasst uns mal auf herzilein ebene schauen was ist hier los wir haben den flirt lass andere an deiner unbeschwerten energie teilhaben eine schicksalhafte reise es ist aber auch hier ist es so weißt du jemand schätzt diese leichtigkeit sehr mit dir diese verspieltheit dieses lachen dieses locker fluffig durch ein schlippi atmen können ne und wie gesagt aus diesem punkt her und das ist für ihn ist das oder für sie ist es hier eine schicksalhafte begegnung aber eben auch so eine so eine schicksalhafte reise was gleichzeitig für ihn oder sie auch wie so eine prüfung darstellt weil man ja auch hier immer mehr merkt wie gut du einfach tust du bist hier für jemanden schon fast wie balsam für die seele und man möchte dich nicht mehr missen und man ja es ist schon förmlich so dieses ich brauche ich brauche dich ich brauche dieses gefühl der leichtigkeit durch dich wird mein leben einfach bunter so nehme ich das auch wahr und jemand spürt auch dass das zwischen euch etwas besonderes ist ich gehe nur mal rein und dass man sich mit dir auch genau auf diese reise begeben möchte ja es ist so ich krieg so rein wenn ich du wär dann wer nicht du wär dann und jemand merkt ja du und niemand anderes du verdienst genau das weil irgendwie machst du hier jemanden glücklich es könnten auch hier oben deine gedanken sein ja dass du hier an einen könig an eine königin denkst wo du merkst ja ich merke ja immer mehr je mehr zeit vergeht und je mehr zeit ich mit ihm oder ihr zusammen verbringen mir geht es einfach immer wieder richtig gut danach so ein liebenswerter toller mensch und auf herzen hast du irgendwie hoffentlich hoffentlich bleibt genau diese leichtigkeit dieses wunderschöne gefühl bestehen hoffentlich können wir noch viele unbeschwerte zeiten genauso wie wir sie jetzt gerade haben weiterleben es ist jemand weiß auch dass das alles nicht geplant war wenn du hier wirklich noch vergeben bist verheiratet dann war vielleicht auch einfach nur ein flirt eine locker fluffig leichte energie geplant mit dir und plötzlich kristallisiert sich ja hier raus dass du mehr bist als das ja ich schaue dann mal weiter wie geht denn das ganze hier weiter wir haben die kinder Kinder haben Einfluss auf dein Liebesleben und wir haben den Anker also hier ist es gegenteilig hier 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 hat man im Außen irgendwie das Gefühl dass man es oder generell hat man so das Gefühl dass ihr einfach an dieser lockeren unbeschwerten Energie teilhaben ihr solltet einfach locker fluffig das erstmal so weiterführen das ist das was diese Seite hier denkt und fühlt also hier fühlt ja und weißt du weil ich habe auch hier dass hier Kinder eine Rolle spielen und dass man hier Angst davor hat sich diese Stabilität der Kinder zu nehmen jemand möchte dass sich hier jemand nicht aus einer Verbindung löst aber merkt eben auch dass hier jemand es wert ist wirklich geliebt zu werden also das heißt hier ist für jemanden ein bestimmter König eine bestimmte Königin nicht nur ein Flirt das ist nicht richtig aber ich nehme so wahr dass hier jemand nicht möchte dass eine vielleicht bestehende Familie kaputt gemacht wird ja wenn hier wirklich noch eine Familie besteht hier ist jemand irgendwie gefühlt schon so drauf und dran ich stehe zu mir zu meinem spirituellen Weg ja es ist jetzt eine neue Liebe ich will ehrlich sein und ich möchte hier eine neue Stufe haben mit jemandem ich bin bereit und hier wie gesagt merkt jemand auch hey dieser Mensch ist sowas von liebenswert macht mein Leben einfach bunter und plötzlich könnte so ein locker fluffig leichter Flirt für jemanden aber auch mal schnell zur Belastung werden weil wenn wir uns außen gucken ist es einfach so dass hier auch viel Verantwortung im Spiel ist es ist ja so dieses Festhalten an den Kindern dieses Festhalten an einer neuen Chance wenn keine Kinder im Spiel sind gäbe es ja hier eine neue Chance aber hier will man eine neue Chance scheinbar nicht nutzen aus Gründen einer Entscheidung aus Vernunft heraus ja also es ist halt hier wirklich schon so ein leichtes Drama weil ich eben halt sehe ihr beide schätzt euch hier wirklich wirklich sehr aber eine andere Seite meint eben auch hier lass uns lass uns das Leben zusammen bunter machen ja aber lass uns das Leben anderer nicht kaputt machen ja ich muss es so sagen es gibt viele Meinungen es gibt viele Einstellungen hier schreibt die mir einfach mal in die Kommentare oder unter also nicht oder einfach unter das Video was verbindet euch denn na schau mal an wie das passt die Verspieltheit also wenn ihr zusammen seid dann seid ihr einfach in einer mega locker fluffigen leichten Art und Weise ihr könnt zusammen lachen ihr könnt zusammen Spaß haben und es ist auch irgendwie so dass ihr beide nicht vor habt voneinander loszulassen ja weil auch hier zeigt sich immer wieder dadurch weil ihr auf so eine bestimmte locker fluffige Art und Weise aufeinander zugehen könnt dass ihr euch immer gegenseitig wieder hier die Liebe in die Verbindung holt dann schau dir das mal an und was euch hier definitiv verbindet ist Vertrauen ist Sicherheit also ihr findet hier schon in dieser Verbindung einen sicheren Hafen also ihr könnt euch hier wirklich sehr vertrauen und ihr habt beide dem Schlüssel zum Herzen zum Vertrauen ja hier ist ja die Tür eines Hauses und der Haus der Haus das Haus symbolisiert ja auch den Körper aber aber der Körper ist ja nur die Hülle unserer Seele und ihr habt beide den Schlüssel für die Seele und ihr habt wahrscheinlich auch beide hier den gleichen Humor ihr habt hier schon echt eine mega krasse Verbindung das ist wirklich zur schwierig ich nehme es noch nicht mal so wahr dass es für euch dann schwierig sein wird weil ich habe so die ich habe so den Gedanken ihr nehmt so euren eigenen Kurs wie das Ganze hier zu laufen hat an sich ist es hier eine Traumverbindung die ihr hier miteinander habt und die er oder sie hier genauso spürt wie du ja also hier wird jemand nicht weniger geliebt als es der andere tut das ist nicht richtig jetzt will ich aber trotzdem noch mal ein bisschen tiefer eintauchen was nehme ich denn da für Kartitsch ich nehme mal hier unten ich nehme mal hier auch auf die Belastung gib mir da einfach mal was durch ja ist schon gleich gefallen man will mutig sein man will hier wirklich loslegen frischen Wind reinbringen das will der König oder diese Königin auf dieser Seite tun aber man könnte sich dafür entscheiden sich wirklich zurückzustellen damit das aber trotzdem mit euch weiter klappt und passt weißt du also man wählt gefühlt einen anderen Weg man wählt den Weg des Verzichtes hier vielleicht größere Entscheidungen zu treffen aber das macht man eben um am Ende in einer besseren Position zu stehen das ist nicht Kalkül das ist nicht irgendwie mit Absicht er oder sie hat einfach das Gefühl dass es dich nicht glücklicher machen würde wenn du hier alles runterreißt wenn du die Seite bist dass dich das nicht glücklicher machen würde also das heißt jemand möchte dir ein Puzzleteil schenken von ihm oder von ihr aber ist gefühlt der Meinung wenn man sich dir ganz schenken würde müsstest du ja viele Dinge aufgeben und aus diesen Gedanken heraus könnte man der Meinung sein dass man dich nicht komplett so glücklich machen kann mit dem was du jetzt ja hast und man könnte jetzt davon ausgehen das ist jetzt hier mangelnder Selbstwert und so weiter aber es ist irgendwie eine andere Lösung auch wenn sie nach außen hin nicht ehrlich wirkt dann verzichtet man hier lieber und versucht andere Wege zu finden damit du weiter glücklich bleibst kannst auch du sein ja dass du hier wirklich Bock hast in einer Verbindung hier irgendwo mehr zu investieren aber du genau weißt dass du in manchen Situationen manchen Entscheidungen einfach vernünftiger handeln solltest weil du der Meinung bist wenn hier jemand sich trennen würde scheiden lassen würde oder sich vielleicht aus irgendeiner Verbindung hier lösen würde so richtig bist du der Meinung das würde ihn oder sie auf Dauer nur mit dir alleine nicht glücklich machen vielleicht auch weil hier eben Kinder auch noch eine Rolle spielen es ist so weißt du ich habe ja hier so dass es vielleicht wirklich noch so kommen könnte dieses Festhalten an den Kindern man klammert man hält fest wegen der Kinder es kann tatsächlich so sein dass er oder sie sich auch davon verabschiedet nur wegen der Kinder an einer Situation oder an einer Verbindung festzuhalten aber der Status Quo ist hier auf dieser Seite irgendwie lass uns mal noch ein bisschen hier verzichten ich glaube das ist vernünftiger ich kann es euch nur so sagen wie ich das jetzt hier aktuell einfach deute ja jetzt gucke ich aber hier unten nochmal da nehme ich gleich mal die anderen Kartitsch jetzt muss ich nur mal schauen ob das das after after tarot ist nein das ist that's the before that's is the before and here we have wo geht der ganze Hase hin wo darf das alles hin hoppeln ne ich habe es jetzt noch nicht so richtig gespürt ihr seht das gar nicht wie ich hier mische wo darf das ganze hier unten hin führen weil ich kriege es intuitiv irgendwie noch nicht so richtig rein gib mir einfach mal eine klare Botschaft guck dir das mal an also die neun der Kelche die neun der Kelche eins zwei drei ja also man wird hier man wird hier mehr als satt sein also also hier hat hier jemand es wäre wirklich nicht auszuschließen dass jemand wirklich sagt noch im aktuellen Bereich hier lass uns mal vernünftig sein ja lass uns mal nichts überstürzen aber wie gesagt vergesst nicht ihr habt beide den Schlüssel zum Herzen zum Vertrauen und ihr kennt euch scheinbar auch beide recht gut und ich nehme hier wirklich so wahr dass es echt sein kann dass diese Seite auch wirklich ja das ist aber jetzt echt nur bei dem bei denen es richtig scheiße läuft ne also hier gibt es mehrere Szenarien warum man sich ja aus einer Verbindung löst und warum eben auch nicht und es kann wirklich sein dass er dass ich diese Seite auch sagen wird nur wegen der Kinder lasse ich das hier nicht los mit dir weil auch hier habe ich ne die neun der Kelche die ist ja in der Ausgangsposition ist es ja wirklich das Gefühl ich bin satt ich habe alles was ich brauche ja und es ist so als ob hier jemand kommt und nochmal Nachschub bringt also er hat hier oder sie hat hier ja schon vor nicht damit aufzuhören dir alles zu geben was du brauchst zukünftig will dir hier jemand weiterhin alles geben was du brauchst damit du dich wohlfühlst hier will jemand zukünftig dir alles geben was du brauchst damit du dich weiterhin weiterhin wohlfühlst also es ist nicht mal nur so ein kurzer Zustand von einer tiefen Verbindung sondern längerfristig gesehen soll das hier nicht aufhören egal ob man sich hier gegen oder für die Kinder entscheidet egal ob man hier sagt ich ich verzichte auf ernstere verantwortungsvollere Entscheidungen aber ich möchte dir das Gefühl geben dass ich dir trotzdem alles geben möchte was du brauchst dass ich immer für dich da bin ich möchte dir das Gefühl geben dass du mit mir alles hast trotzdem ja es ist so wie ich möchte dich mir trotzdem weiterhin schenken ich möchte mich dir trotzdem weiterhin schenken ja es ist auch hier ich möchte dass du weiterhin lachst guck mal hier lacht ja auch jemand ja also es ist hier nichts böswillig in der Hinsicht jetzt schauen wir trotzdem mal auf diese Seite schau dir das mal an also es geht auch in dieser Karte mit dem Bube der Münzen und nochmal kurz hinlegen der Bube der Münze der steht ja dass das Ziel dieser Karte ist dass man zu beständigen Ergebnissen gelangt ja und diese Seite möchte das auch dass es nicht mehr so ein Auf und Ab ist dass man wirklich zu beständigen Ergebnissen gelangt und diese beständigen Ergebnisse egal so schwer diese Verbindung hier scheinen mag zu denen werdet ihr hier kommen ich möchte mal gucken trotzdem weiterhin was euch hier muss ich nur mal schauen diese Karte genau habe ich jetzt die gleichen genau was hier definitiv drin ist bei euch eure Verbindung wird öffentlich dargestellt auch wenn man hier noch verheiratet ist vergeben ist es ist hier noch ein Prozess der noch nicht ganz sicher ist aber beständige Ergebnisse kommen und hier möchte auch dich jemand glücklich machen weiterhin egal was passiert ja jetzt will ich aber mal schauen was hier weiterhin für ein Ergebnis kommt oder wie ihr hier weiterverfahrt ich habe das gegenseitige Vertrauen und da hätte ich jetzt gern das sind too much ich will eine klare Karte ich positioniere mich jetzt nochmal oh hier haben wir eine klare Karte eine klare Ansage Knight of Swords wir haben wir den sag doch den König der Schwerter so und also der König der Schwerter hat ja so eine Energie die sehr kühl ist und sehr klar ist und tatsächlich kommen wir auch mit dieser Energie guck mal wenn du dir die Karte genauer anschaust wir haben hier jetzt das Ass der Schwerter was uns zeigt zusammen mit der Krone dass ihr beide auch hier in eurer Verbindung zukünftig zu Wissen und Erkenntnissen kommt und es kann sein dass das Wissen und die Erkenntnis einfach ist dass ihr den Schlüssel füreinander habt und dass ihr vielleicht wirklich einfach zueinander passt weil es ist es wird bodenständiger man will immer an der Seite des jenen bleiben zusammen erlangt ihr hier zu wichtigen Wissen und Erkenntnissen und natürlich auch zu eurer eigenen Wahrheit was eure Verbindung hier betrifft und da habe ich hier wirklich das Gefühl dass es wirklich sein kann dass wenn ihr das so weitermacht ohne zueinander wirklich richtig zu sein zu stehen ohne diese schwierigen Entscheidungen zu treffen egal was ihr hier tut und machen werdet aber ihr werdet zu der Erkenntnis und zu dem Wissen kommen ich habe hier eine mega Verletzung und eine Enttäuschung aber hier ist es so die Schwerter sind raus und hier heilt man das Herz ihr heilt eure Herzen ihr heilt das was irgendwas in euch passiert ist das ist erstmal eine Erkenntnis also diese Erkenntnis über eure Verbindung ihr könnt euch vertrauen ihr habt den Schlüssel zum Herzen ihr gelangt zu viel Verspieltheit ihr könnt viel miteinander lachen es ist an sich eine Traumverbindung die ich hier habe und das könnte euch klar werden und es geht hier auch viel um alte Verletzungen die man loslassen kann weil man sich hier in dieser Verbindung nicht verletzt und das sind das sind das sind alles irgendwie für euch beide gute Gründe um dieses Abenteuer weiter geschehen zu lassen denn es ist so gefühlt bei euch beiden und das ist merkt der hier ja auch hier merkt ein König oder eine Königin merkt das hier auch wenn ihr zusammen seid das hier ist ja jetzt erstmal eine Chance ein Impuls irgendwas könnte man hier mit Begeisterung anfangen aber was hier zwischen euch ja schon längst läuft ist einfach die Lebendigkeit und die Lebensfreude die ihr euch beide schenkt in eurem Leben und dass man hier keine Angst mehr haben muss zu lieben im Gegenteil man heilt sich hier gegenseitig es ist ein Megavertrauen da es ist Lebendigkeit da es kommt wirklich Glitzer ins Leben Sternenstaub keine Ahnung und ihr kommt zu krassen Erkenntnissen in dieser Verbindung und dann werden sich einige fragen ja warum entscheidet er oder sie sich nicht ja wenn es ja wirklich noch eine Uschi Else gibt oder was das ist noch nicht das ist noch nicht richtig ausgesprochen hier das ist noch nicht richtig ausgesprochen das nehme ich nicht so wahr vielleicht kriege ich hier mal noch was gibt es hier dann noch mal irgendwie eine definitive Entscheidung für dich für ihn oder für sie also okay ja hier geht es halt wirklich um Gerechtigkeit Gerechtigkeit guck mal wartet mal ich muss mal in mich gehen wir haben die sechs der Münzen und die Königin der Stäbe ne also ich nehme nicht so wahr dass eine endgültige Entscheidung hier gefällt wird nein ihr geht das anders an und zwar mit einer gewaltigen Ladung von Verständnis und Toleranz ja also das heißt ihr versteht und toleriert das Leben des anderen und dein König deine Königin toleriert und versteht dein Leben und unterm Strich geht es dann gar nicht mehr um eine krasse Entscheidung sondern man schätzt das einfach zu sehr diese Verbindung die man hier zueinander hat diese Vorteile die diese Verbindung wirklich bringt nämlich innere Heilung und viel Vertrauen und eine Innigkeit das ist der Wahnsinn und weil man sich hier so viel zu geben hat kommt man schon in so ein Gefühl einer bedingungslosen Liebe indem man einfach tolerant ist und den anderen versteht und hier niemand erzwingen möchte dass hier einer geht oder dass sich jemand trennt ja hier ist schon jemand dabei das könntest du sein das könnte eine Königin ein König sein er oder sie hat keine Angst davor Entscheidungen zu treffen und zu sich selbst zu stehen aber hier ist eben eine andere Meinung im Spiel und dann könnte es sein dass auch wenn du so entscheidungsfreudig und mutig bist oder hier jemand einfach entscheidungsfreudig und mutig ja ist dass man die andere Meinung toleriert und akzeptiert und Verständnis zeigt also das ist hier immer ein richtig schöner Ausgleich hier zwischen euch beide dass es nicht zwingend notwendig ist hier lebensverändernde Entscheidungen zu wählen es ist ja einfach eine andere Form der Verbindung und ich nehme so wahr dass das manche im Außen hin nicht so verstehen könnten ja das muss ich auch so sagen aber für die die das hier bestimmt ist die werden es verstehen ja das ist das was ich hier so habe was nehme ich noch was was kann ich euch noch anbieten ach kommt ich nehme hier noch mal die schönen mystischen auf eure wunderschöne Verbindung das ist wirklich eine wunderschöne Verbindung ja was darf ich hier noch schönes legen da haben wir guck mal die Freundschaft also dass die diese Ausgangsbasis die ihr habt ist halt wirklich eine ehrenwerte Freundschaft und kriegt wenn ich die Krise Freundschaft Freunde habe ich schon genug so ist es nicht gemeint das ist mehr als jetzt hier nur Sex oder irgendwas die Basis zwischen euch haut hier einfach hin ihr könntet hier wirklich eine richtig auch wenn vielleicht viele Turbulenzen sind und Hindernisse könnte eure Basis als Freundschaft und kaputt vor sein wie gesagt weil man kommt ja auch in so eine Energie der Toleranz und des Verständnisses guck mal neue Wege ihr werdet hier neue Wege finden ihr findet hier neue Wege dass eine Verbindung läuft und das geht hier mit Akzeptanz und Verständnis einher guck mal und Vertrauen immer wieder also die Karten die wiederholen sich jetzt ihr vertraut euch einfach ihr habt eine sehr vertrauensvolle Basis wie gesagt ihr habt den Schlüssel füreinander ihr heilt das was andere in euch gebrochen haben und es ist eine Situation die ich wiederhole nochmal hier wichtiger ist oder eine Verbindung die euch wichtiger ist als irgendwelche Entscheidungen hier noch notwendig scheinbar treffen zu müssen oder zu wollen schaut ihr das an euch fliegt das Blech weg weil ihr fragt euch sicherlich was soll das sein entweder ehrlich oder gar nicht das hier ist was Heiliges das ist was größeres hier spürt ja jemand das ist schicksalhaft kein Plan warum das hier gerade so läuft wie es läuft es ist eine ganz besondere Verbindung die man hier hüten möchte wie einen Schatz und das wird man auch tun und es ist hier gerade zwei Menschen scheißegal was andere denken könnten weil die erkennen hier den wahren Wert dieser Verbindung und werden hier auch immer wieder daran arbeiten und weitermachen egal wie schwer das Außen hier scheinen mag so kriege ich das rein jetzt gebe ich euch mal noch ich nehme mal hier noch ein Engelchen vielleicht ein Engelchen der euch beschützt wir haben die fünf Raphael und wir haben sieben Raphael guck mal du musst deine momentanen Herausforderungen nicht im Alleingang überwinden ihr macht das hier zusammen ja hier hilft dir jemand und hier ist es Zeit eine Entscheidung zu treffen mach dir klar was du willst und werde entsprechend aktiv das Bedürfnis nach Entgiftung und das wird's jetzt haben wir unsere Entscheidung die Entscheidung ist eben hier dass du die Herausforderungen in dieser Verbindung erstmal absolut gar nicht alleine überwinden musst oder solltest also ihr helft euch hier gegenseitig ihr seid hier füreinander da und kommt nicht in so eine selbst erfüllende Prophezeiung dass eh alles scheiße ist und dass das nichts werden wird ja also das ist hier wirklich so der Rat in der ganzen Sache klar ja weil ich habe ja auch schon gesagt so eine Entscheidung keine Entscheidung wo geht der Hase hier hin aber ihr werdet euch erstmal dafür entscheiden dass ihr beide das jetzt hier gemeinsam durch steht auf einer freundschaftlichen Basis dass ihr neue Wege findet dass ihr anfangt euch weiterhin zu vertrauen euch weiterhin zu öffnen Erkenntnisse sammelt und eben euch hier einfach helft und ich kriege ja auch so rein es ist viel zu schade diese Verbindung hinzuwerfen nur weil eben erstmal keine Entscheidung getroffen wird oder weil man sich vielleicht scheinbar unsicher sein könnte und dann lassen wir das einfach mal jetzt so stehen also jetzt schaue ich hier nochmal rein in die Kartitsch was ihr hier noch für eine schöne Energie bekommen dürft auf eure Verbindung vielleicht auch als Schutzkarte was euch beschützen darf weil es ist eine heilige Vereinigung ja die hatten wir schon guck mal eintauchen ins Licht erwachen der Macht also wenn ihr beide zusammen seid dann taucht ihr einfach nur noch ins Licht ein also ihr seid hier wirklich ähm also eigentlich müsstet ihr hier nur am Lachen und Feiern sein keine Ahnung ihr tut euch echt echt richtig richtig gut ja und ihr helft euch wirklich dabei eure eigene Macht in euch zu entdecken also die Verbindung ist es echt eine sehr heilende Verbindung die ist sehr wertvoll für euch die ich hier habe also hier meint es niemand böse mit dem anderen im Gegenteil man ist sehr tolerant man vertraut sich wird es auch weiterhin tun ja wunderbar meine Lieben wenn euch das gefallen hat würde ich mich freuen wenn ihr meinen Kanal kostenlos abonnieren würdet aktiviert das Glocke sei so verpasst ihr keines meiner Readings mehr ich hab euch lieb mwah tschaui tschaui tschaui